Meine Mission ist es, Menschen für eine gesunde Lebensweise zu begeistern, fernab von Diäten, Verboten und Zwängen. Ich bin Tina Halder, komme aus Tirol, bin 25 Jahre jung und leidenschaftliche Personal Trainerin, Autorin und Bloggerin. Als ich vor fünf Jahren meinen Lebensstil umgestellt und aufgehört habe mit Diäten, wurde mir bewusst, dass mein Körper Lebensmittel braucht, die ihm guttun und reich an Nährstoffen sind. Keine Kompromisse mehr. Bei M-Preis weiß ich, dass die regionalen Lebensmittel tatsächlich auch aus der Region kommen. Ich habe mich dafür entschieden, nicht mehr gegen, sondern gemeinsam mit meinem Körper zu kämpfen. Unser Körper hat nur das Beste verdient. Und genau deshalb versorge ich dich ab sofort mit spannenden Inputs rund um die Themen Fitness, Ernährung und die nötige Motivation, um auf dich selbst Acht zu geben.